Etelbati, war an der Wende vom 6. zum 7. Jahrhundert der erste christliche König des angelsächsischen Königreiches Kent aus der Dynastie der Euschengas. Er wird als Heiliger verehrt. Leben Die Quellen zu Etelbad sind in ihren Datierungen in sich selbst und untereinander widersprüchlich und Gegenstand kontroverser Diskussion. Familie Etelbad war ein Sohn des Königs Eomen Ritsch von Kent. Seine Mutter ist unbekannt. Nach der angelsächsischen Chronik wurde er im Jahr 552 geboren. Nach Auffassung moderner Historiker ist die Geburt jedoch eher um das Jahr 560 anzusetzen. Durch seine Schwester Ricola, die mit Sledda verheiratet war, war er mit dem Königshaus von Essex verbunden. Um 580 heiratete der heidnische Etelbad Bertha die christliche Tochter des Merowinger Königs Charibad I. und der Ingo Bacar. Gregor von Thurs nannte Etelbad in diesem Zusammenhang Filius Regis, woraus Historiker schließen, dass sein Vater Eomen Ritsch zu dieser Zeit noch lebte. Während einige ein Frühstatum um 560 für Eomen Ritsch Tod annehmen, gehen andere eher von der Zeit um 585 590 still aus. Entsprechend unklar ist, ob der Heide Eomen Ritsch Gelegenheit hatte, auf die Brautwahl seines Sohnes Einfluss zu nehmen. Etelbad blieb zunächst Heide, war aber in religiöser Hinsicht tolerant und hinderte Bertha nicht an der Ausübung ihres Glaubens. Aus dieser Ehe ging Etelbarts Sohn Itbold und vermutlich auch seine Tochter Etelburg hervor. Der christlichen Legende nach soll auch Itber Ebtissen von Liming, seine Tochter gewesen sein. Nachdem Bertha um 610 gestorben war, heiratete Etelbad nochmals. Der Name dieser Königin wurde nicht überliefert. Nach Etelbarts Tod im Jahr 616 618 heiratete Itbold seine Stiefmutter. Herrschaft zwischen 580 und 593 bestieg Etelbad den Thron. Er versuchte um 590 erfolglos Soling von Vessex die Oberherrschaft über das südliche England zu entreißen. Er marschierte in die Region zwischen Andretzweald und Temse ein. Wurde aber von Soling und dessen Bruder Kade bei Vibentum geschlagen und bis nach Kent verfolgt. Augustinus landete 597 auf der Isle of Tarnet. Der Einfluss von Bertha, die ihren Kaplan Liutat mit nach Kent gebracht hatte, mag Etelbad veranlasst haben, die Missionare, die Papst Gregori. aus Rom sandte, willkommen zu heißen. Etelbad traf ihn das erste Mal unter freiem Himmel, im Glauben, damit die christliche Magie vertreiben zu können. Schon bald gestattete er Augustinus und den Missionaren aber sich in Canterbury niederzulassen, dort zu predigen und zu missionieren. Die Legende besagt, dass Augustinus ihn bereits 597 zu Pfingsten taufte. Zehntausend Angelsachsen sollen innerhalb weniger Monate seinem Beispiel gefolgt sein. Ein Brief Gregors an Bertha, in dem er sie tadelte, die Bekehrung ihres Gatten zu vernachlässigen, legt nahe, dass dies nicht vor 601 geschehen sein kann. In einem anderen Schreiben hob Gregor jedoch Etelbarts Verdienste um die Ausbreitung des Christentums hervor. Etelbad und Augustinus ließen eine alte Kirche in Canterbury als Kathedrale wieder aufbauen und gründeten dazu ein Kloster, die heutige Abtei Sankt Augustinus. In Rochester gründete die Etelbad die St. Andrews Church und errichtete einen zweiten Bischofssitz, den er mit Ländereien ausstattete. Nach dem Tod Solins um das Jahr 593 schwand die Vormacht von Vessex. Etelbad, der durch seine Heirat einer Allianz mit Europas zu der Zeit mächtigstem Staat eingegangen war, gewann an Einfluss und war um 600 südlich des Humba als dritter Bretwalda anerkannt. Die damit verbundene Machtfülle und das tatsächliche Einflussgebiet sind unbekannt. Doch zumindest auf Essex und East Anglia konnte er Einfluss ausüben. Etelbarts Einfluss war um 600 zwei 600 Drittel stark genug, dass er die Schirmherrschaft einer Bischofskonferenz im Grenzgebiet zwischen Vessex und HWICCE weit außerhalb des kenntischen Kernlandes übernehmen konnte. Ebenfalls um 600 zwei 600 Drittel ließ Etelbad vermutlich unter Augustinus Mitwirkung ein Gesetzbuch in der Volkssprache niederschreiben. Auch die neu entstandene Kirche wurde dadurch in das angelsächsische Rechtssystem integriert. Es war einer der frühesten in Altenglisch verfassten Dokumente. Für Verbrechen wurden detailliert gestaffelte Bußgelder verhängt. Bedavener Rebelles berichtete, dass die Gesetze noch um das Jahr 730 in Kraft waren. Etelbarti bekehrte vor 604 seinen Neffen Sebet zum Christentum und war sein Taufpate. Etelbad setzte ihn als König von Essex ein und ließ in London einen Bischofssitz für Essex einrichten, der mit Bischof Melitus besetzt wurde. Auch Etwald, den König von East Anglia, konnte Etelbad um 604 überreden, den christlichen Glauben anzunehmen. Etelbad starb am 24. Februar 616 und wurde neben seiner Frau Berta in der Martinskapelle, dem Mausoleum der Abteikirche Peter und Paul von Canterbury beigesetzt. Einige Historiker halten auch 618 als Todesjahr für wahrscheinlich. Sein Sohn Etbold wurde Nachfolger als König von Kent, während Redwald seit dieser Zeit als Bredwalder anerkannt wurde. Verehrung. Etelbad, volkstümlich wird er auch St. Albert genannt, wurde wegen seiner Verdienste um die Ausbreitung des Christentums vermutlich bald nach seinem Tod als Heiliger verehrt. Seit dem 13. Jahrhundert ist der Kult belegt. Seine Reliquien wurden unter den Hochaltar der ursprünglichen Begräbniskirche umgebettet. Sein Festtag war ursprünglich der 24. Februar, wird heute aber am 25. Februar begangen, damit er sich nicht mit dem Festtag des Apostels Matthias überschneidet. In der Ikonografie wird er in einer Vision dargestellt, wie er den Schmerzensmann bzw. dessen Leidenswerkzeuge erblickt. Wenn deränder eine Entspannung ist, dann kann er bei diesem Selbstverteiler belegt.